Ja Mettl Leute, Furchis Meinung ist mal wieder da und zwar gibt es mal wieder bei die Lidl die Käsekreiner mit AI ganz wichtig und ja die sind halt schweineteuer aber schmecken richtig geil auch zum Grillen herrlich geil gefüllt mit Käse und so die Größe sieht ja reiner sein und da hätten wir so, oh da sind wir bei 15 cm und 3 cm Durchmesser ist aber schon ein gewaltiger Prügel jetzt will ich mal bei mir nachmessen aber nein das lassen wir ja wie gesagt so sieht reiner sein aber in Wirklichkeit wissen wir mini auch mit AI ganz wichtig so kommt es hin aber man muss hier noch so ein bisschen verdecken hier wegen der Fettschicht und dann nehmen wir natürlich auch Maß es sind ja achteinhalb und zwei Zentimeter Durchmesser ja wie gesagt kauft die mal probiert die zum Grillen oder in der Pfanne bisschen einschneiden nicht zu lange in der Pfanne lassen weil der Käse lauft raus und dann kann der Käse anbrennen also metal of Leute so wie groß ist jetzt mein Pansy dass die ja Vielen Dank.